Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmat TV. Auf dieses Video habe ich mich schon wirklich lang gefreut, denn ich zeige euch meine Lieblingseröffnung gegen das Damen-Gambit, nämlich die grünfeld-indische Verteidigung. Ja, und man muss sagen, es ist in meinen Augen die schärfste Variante, die es gegen 1.D4 gibt. Man muss jetzt kommen wahrscheinlich ein paar, die sagen, ey Basti, das ist doch eine Eröffnung, die entsteht nicht nach 1.D4, sondern erst ein bisschen später. Und das stimmt und das möchte ich jetzt mal hier direkt ein bisschen zeigen. Also erstens D4, hier habe ich danach ein Grünfeld-Repertoire und ich habe so Ideen, wie man darin überleiten kann, aber ganz streng genommen entsteht grünfeld-indische Verteidigung erst nach D4, Springer F6, C4, G6, Springer C3 und D5. Das hier ist die Grünfeld-Verteidigung und ich zeige euch ein bisschen auch, wie ihr sozusagen diese Lücken füllen könnt, aber wenn wir ehrlich sind, macht diese Eröffnung erst hier so richtig Spaß. Ja, und es gibt diese krasse Grünfeld-Kompensation und ich zeige euch in dem Video genau, wie man das spielt und wie ihr damit vor allem gegen schwächere Spieler auch sehr viel rausholen könnt. Trotzdem muss man sagen, dass diese Stellung hier auf dem höchsten Top-Level gespielt wird und hier kann man Weiß keinen richtigen Vorteil nachweisen. Also die Stellung ist so, vielleicht ein Hauch besser für Weiß, aber es ist eine sehr ernsthafte Variante. Falls ihr Bock auf dieses Video habt, dann liked und abonniert. Starten wir rein. Also hier in dieser Stellung ist der Hauptzug C-D5, Springer-D5, E4 und Springer-C3, BC3. Das ist die Stellung, die man sehr häufig aufs Brett kriegt. Ich erkläre euch auch gleich nochmal, wie man da hinkommt und was auf dem Weg passieren kann. Nur wichtig, das ist die Startstellung von vielen. Wir spielen hier Läufer G7, das ist logisch. Und das ist eine sehr moderne Eröffnung, denn wir geben sozusagen nichts auf die goldenen Eröffnungsregeln. Schaut euch mal dieses fette Zentrum an, das Weiß hat. Aber unsere Einstellung ist, also ich mache einen normalen Zug, Springer-F3, dass wir hier mit C5 anknacken. Und es ist relativ theorielastig, diese Eröffnung. Aber ich werde in diesem Video, also ich habe jetzt nicht den Riesenanspruch auf Vollständigkeit, ich möchte euch einfach die Ideen zeigen, so dass ihr nach dem Video vielleicht auf einem Level von unter 2000 online das auch guten Gewissens spielen könnt. Also nach C5 in dieser Stellung, so Schlagen ist fast nie ein guter Zug. Selbst wenn der Bauer gedeckt ist, macht Schlagen häufig gar keinen Sinn. Vorbeiziehen gibt es manchmal, klappt hier aber nicht. Und Weiß hat hier, also wir drohen auch gerade schon, also wir drohen hier zu nehmen. Wir machen immer weiter Druck drauf, sagen wir, Weiß macht also gar nichts. Spielen wir zum Beispiel Springer C6, sind jetzt viermal auf diesem Bauern drauf. Und das ist immer ein Problem für Weiß, dass es gar nicht so leicht zu lösen ist. Also Zug wie Läufer E2 würde jetzt in der Stellung nicht funktionieren, aber H3 war ja auch Zeitverschwendung. Nur so wollte ich erklären, wir würden Springer C6 spielen. Und es gibt verschiedene Arten und Weißen, wie Weiß reagieren kann. Mit Abstand, die Hauptvariante auf hohem Level ist Turm B1. Und dann hochieren wir einfach, weil es droht nichts. Vorbeiziehen nehmen, nehmen wir beides auf C3 und lachen. Stellungsöffnungen sind in der Regel gut für uns. Denkt daran, wir haben den sicheren König, das ist wichtig. Das ist eine Stellung, in der wir den Gegner schon König häufig angreifen. Wir knacken das Zentrum und machen dann Druck. Es gibt noch eine sehr wichtige Thematik, nämlich zum Beispiel hier Läufer E2. Das ist hier der Häufigstzug, wir sind gerade in der Hauptvariante. Zum Beispiel tauschen, tauschen und Dame A5 Schach. Das wird immer wieder eine Rolle spielen, dass wir Dame A5 Schach geben. Und dann, also sagen wir Dame D2, um diesen Bauern gedeckt zu halten, die Damen tauschen. Das ist hier, also wichtig zu verstehen. Wir wollen C5 spielen, aber auch tauschen und Damen tauschen. Denn, dann ist das Zentrum hier nicht mehr so schwerwiegend. Und dieses Endspiel spiele ich schon lieber mit Schwarz. Ich spiele mit beiden Seiten Grünfeld, aber ich spiele mit Weiß eine andere Variante. Aber in diesem Endspiel haben wir zwei gegen einen Bauern. Und bilden relativ gut einen Freibauern. Wir müssen uns halt jetzt gesund fertig entwickeln. Wir haben ja erstmal darauf verzichtet. Hier kriegen wir aber hin. Läufer geht nach B7. Und später im Endspiel laufen wir mit diesen Bauern. Sobald die Damen vom Brett sind, sind die ja nicht mehr so stark. Das ist auch der Grund, weshalb in dieser Stellung nach Dame A5 Läufer D2 die Hauptvariante ist. Also hier sind wir in der absoluten Hauptvariante Grünfeld. Dann würden wir auf A2 fressen. Und haben einen Bauer mehr. Und zwar was für einen. Jetzt haben wir hier zwei Freibauern. Aber Weiß hat Kompensation. Wichtig, Weiß steht nicht besser. Weiß hat Kompensation. Die Engine sagt hierzu ungefähr plus 0,2 Bauern. Also ausgeglichen. Ja, weil, aber es spielt sich halt super. Deswegen sage ich auch, gegen schwächere Spieler spiele ich das gerne. Weil hier gibt es eine Imbalance. Die ist extrem. Und die Partien hier haben wahrscheinlich nicht so eine hohe Remie. Also werden nicht so häufig Remie wie andere. Weil es gibt halt, also es ist völlig unausgeglichen. Ja, und hier, falls ihr noch eine Zugempfehlung wollt, wäre das Läufer G4. Sprengt aber den Rahmen, das hier einzeln anzuschauen. Also hier, das war die eine Hauptvariante. Also auf Springer F3. C5. Hier in dieser Stellung Turm B1. Das spielen aber eher die Profis. Viele Leute decken auch einfach diesen Bauern mit dem Läufer. Was auch Sinn ergibt. Und in dieser Stellung würde ich Dame A5 direkt spielen. Könnte man aber auch erst rochieren. Nur Rochade läuft uns nicht davon. Wir haben nicht den schwachen König. Und Dame A5 stellt direkt eine Drohung auf, auf C3 zu nehmen. Und den Punkt muss man irgendwie decken. Darf man nicht einfach opfern. Dann Turm C1 wäre in dieser Stellung ein Fehler. Weil wir nehmen und zack, der ist gefesselt. Riesenproblem. Zum Beispiel Springer schlägt. Und wir haben also die bessere Struktur. Und stehen nach Dame A2 auch schon besser. Leicht. Aber wir stehen ein bisschen besser. Was gut ist mit Schwarz. Besser wäre Dame D2. Das ist auch der einzige Zug, der hier in der Realität gespielt wird. Und das ist eine andere Hauptstellung hier. Die entsteht nämlich, wenn wir jetzt einfach weiter Springer C6 spielen. Denkt daran, rochieren würde ich erst, wenn wir jetzt weiter Druck aufs Zentrum machen können. Macht es Sinn, das sofort zu machen. Und nach Turm C1. Also auf Turm B1 ist eine Idee hier, Turm B5 zu spielen. Deswegen spielen wir A6. Und dann muss der Turm trotzdem nach C1. Also es ist im Prinzip dieselbe Stellung. Und dass wir A6 eingeschoben haben. Jetzt diskutieren irgendwelche Eröffnungstheoretiker auch gerne mal drüber, ob A6 die Stellung verbessert oder verschlechtert. Aber das ist uns egal. So, diese Stellung, Turm C1. Und hier ist wieder wichtig, was machen wir? Ihr kennt das Motiv schon. Genau, wir nehmen einfach wieder raus. Bauer schlägt zurück und tauschen die Dame. Und diese Stellung hier, also nicht falsch verstehen. Also Vorsicht, wir sind doppelt drauf. Und deswegen muss Weiß mit dem König nehmen, sonst hängt der Bauer. Diese Stellung hier sieht jetzt super langweilig aus, ist sie aber nicht. Das ist eine scharfe Stellung, obwohl die Damen runter vom Brett sind. Es gibt noch schärfere, seht ihr auch gleich noch mit Damen. Aber hier, ja, kann man super mit Schwarz aufs Sieg spielen, weil wir haben 2 gegen 1. Und ja, wenn ihr es richtig scharf wollt, könnt ihr hier auch F5 spielen. Ist aber kein besonders guter Zug, wenn wir ehrlich sind. Ich würde hier lieber kurz hochieren. Und Turm D8 spielen und wir haben sehr viel Druck und können auch den König im Zentrum hier noch ein bisschen angreifen, weil es sind auch drei Leichtfiguren und zwei Türme am Brett. Genau. So, diese Stellung ist auch sehr ähnlich wie die, die man erreicht, wenn Weiß das macht, was ich auch selbst mit Weiß mache, nämlich Läufer E3, C5, Dame D2, Dame A5. Also wir spielen auch immer C5, Dame A5. Unsere Sachen sind gleich, dann Springer C6 und dann Turm C1. Und wenn wir jetzt hier, also jetzt könnte man sozusagen, würde ich euch hier nicht empfehlen, Springer C6 zu spielen, aber wenn wir zum Beispiel zuerst hochieren, sind die Stellung sehr ähnlich. Warum? Vielleicht wichtig zu wissen, warum spielen wir nicht Springer C6? Das soll ja auch ein Verständnis-Video sein, weil hier funktioniert D5 und wir können nicht auf C3 nehmen. Deswegen spiele ich auch den Aufbau mit Weiß. Das versauen viele, weil D5 ist eine Drohung. Und deswegen machen wir hier was. Genau, wie immer. Wir nehmen, nehmen und tauschen die Dame. Und haben wieder dasselbe. Jetzt gibt es hier kleinen Unterschiede, nämlich dass der Läufer nehmen kann, unser Läufer hier unten hängt. Dann hochieren wir halt erst und dann kann er entweder wieder zurückgehen oder Springer F3 und wieder genau selbe Thematik. Zwei gegen eins, wir entwickeln alles fertig und dann Turm auf die D-Linie, machen wir Druck. Diese Endspiele müsst ihr nicht fürchten. Okay, das waren jetzt hier so diese klassischen Eröffnungen, in denen, wenn hier genommen wird und der Läufer nicht nach C4 geht. Jetzt schauen wir uns mal noch den Zugläufer C4 an. In der aktuellen Master-Startbank sogar noch häufiger gespielt. Und Läufer C4 ist ein sehr aktiver Zug, der erstmal das Zentrum völlig außer Acht lässt. Und an dem Punkt, sage ich euch, spielt hier C5 direkt. Der ist dreimal angegriffen und Weiß muss irgendwie reagieren. Und hier kann Weiß, und ihr spielt jetzt auch nicht gegen, wahrscheinlich nicht gegen Großmeister, nicht so viel zumindest, hier kann Weiß also auch viel falsch machen. Zum Beispiel Läufer E3 ist kein guter Zug. Spielen wir Dame A5, machen Druck auf C3. Und, ja, wird zum Beispiel gedeckt. Da haben wir D2 und jetzt steht der Läufer. Jetzt haben wir ähnliche Varianten wie gerade eben, dass der Läufer völlig fehl am Platz steht. Das Tempo hilft nur uns und nicht schwarz. Und jetzt sind wir hier auf den Bauern wieder drauf. Und, ups, das darf man natürlich nicht machen. Das stellt die Dame ein. Und, ähm, es gibt hier so viele Sachen, die schwarz, weil wir, wir haben einen sicheren König und im Prinzip, also, muss Weiß hier sich sehr genau auskennen. Und die Stellung ist auch schon bei besten Spielen 0-0-0. Also, was Weiß machen müsste, wenn Weiß mit Läufer C4 spielt, ist nach C5 Springer E2 spielen. Das ist der einzig gute Zug hier. Das machen die Profis aber so gut wie alle. Also hier, von den 98% in der Master-Datenbank haben in dieser Stellung Springer E2 gespielt. Wir spielen, ganz logisch, Springer C6, wieder nicht rochieren. Erstmal Druck auf D4 machen, sind viermal drauf, ist nur dreimal gedeckt. Und Weiß muss decken, Läufer E3. Das spielen 99%. Ähm, und wir rochieren. Jetzt macht es Sinn zu rochieren. Da haben wir A5 in der Stellung, macht nicht so viel Sinn, weil der Springer ja C3 deckt. Also rochieren wir kurz. Und Weiß rochiert auch kurz. Das ist eigentlich eine ziemlich, also diese Stellung reicht mir immer wieder. Und eigentlich könnte man hier auch aufhören, weil ihr könnt auch einen einfachen Zug spielen. Aber ich sage euch noch einen, den ich hier gerne spiele. Ich spiele gerne Läufer G4. Der steht super hier draußen. Ähm, fesselt den Springer. Wir drohen gerade wieder zu nehmen. Provozieren also F3. Und dann spiele ich erst Läufer D7, weil F3 die Stellung so ein bisschen geschwächt hat. Und diese Diagonale, ähm, ja. Das spielen aber auch Leute anders. Zum Beispiel gibt es gerade, und wenn ziemlich viele Stimmen die B6 promoten, möchte ich mich jetzt auf nichts festlegen. Die Engine Mark B6 auch ein bisschen, ein bisschen mehr. Und dann einfach den Läufer ganz entspannt nach B7 entwickeln. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, weshalb Schwarz hier Probleme haben sollte. Ähm, ja. Und die Stelle, also B6, hat auch einen ganz guten Score hier. Weiß gar keinen Vorteil mehr. Also die Engine Mark B6 plus 0,3, aber. Also ungefähr ausgeglichen. Genau. Ähm, damit hatten wir eigentlich so ziemlich alles in diesem System, in dem Hauptsystem. Wenn also auf D5 geschlagen wird und Weiß sich das fette Zentrum nennt, das ist das prinzipielle Spiel. Ähm, was könnte Weiß noch machen? Immer wichtig, Springer F3. Spielen wir immer Läufer G7 und jetzt gibt es wieder dasselbe Entscheidung. Also eigentlich ist es der absolute Hauptzug dann wieder nehmen. Nehmen und das führt zum selben. Ähm, ist egal, ob Läufer G7 und Springer F3 eingeschoben sind. Läufer G7 spielen wir sowieso immer und Weiß hat sich mit Springer F3 manche Varianten jetzt auch schon sozusagen versaut oder beziehungsweise kann man nicht mehr spielen. Ähm, ja, nur in dieser Stellung hier noch zwei Züge, die ab und zu gespielt werden. Vielleicht E3 noch, das ist, der gehört nicht zu dem. Ähm, ist nicht kritisch. Spielen wir ganz normal weiter und dafür müsst ihr keine Angst haben, wenn Weiß den Läufer einsperrt. Ähm, nämlich zwei Züge. Einmal Läufer G5, den gibt es hier noch. Und in dieser Stellung, ähm, rate ich euch, also man kann auch auf C4 nehmen, aber ich rate euch, dazu spielt Springer E4. Recht vielmehr muss ich jetzt hier nicht dazu erklären. Ähm, es ist eine scharfe Stellung, die entsteht, wenn Weiß hier den Bauern frisst. Dann würden wir auf G5 nehmen, Springer schlägt G5 und jetzt hier noch eine Feinheit E6. Greift nämlich den Springer an, Springer muss wieder ziehen oder wird gedeckt und dann können wir auch fressen. Nur so als Idee. Aber hier auf Läufer G5 ist nicht so häufig, aber zu Springer E4 mal analysieren. Ähm, genau. Und zum Beispiel auf Springer schlägt Bauer schlägt. Gewinnen wir, weil auf Springer D2 oder auf, hängt dieser hier. Und wo soll der Springer sonst hin? Hier glaube ich auch nicht. F6. Und hier hin. Dann schlägt D4. Wir stehen sehr, sehr, sehr gut. Plus 3,5. Genau. Also Läufer G5 ist keine besondere Gefahr. Was aber schon ein guter Zug hier ist, ist Dame B3. Den will ich noch kurz davorheben, weil ich den auch gerne mit Weiß spielen würde. Ich habe den so in Planung. Ähm, Idee ist sehr simpel. Also wir nehmen raus. Dame schlägt. Okay, kam mit Tempo. Aber jetzt hat Weiß zwei Bauern hier im Zentrum und wir haben nur einen. Und es ist eigentlich kein Problem. Ich sage nur kurz, wie ich hier gegen ein Spiel mit Schwarz. Ich rochiere E4, logisch. Weiß nimmt sich den Raum und macht den Läufern Platz. Und jetzt gibt es verschiedene Arten und Weisen zu spielen. Ich spiele was anderes. Ich spiele den bestkornsten Zug, zumindest von den Hauptzügen. Springer A6. Ähm, man könnte aber auch Bauer A6 spielen. Hier muss ich entwickeln irgendwie. Und jetzt B5. Das ist das Einfachste. Damit zieht irgendwo hin. Und dann sogar noch C5 macht Sinn. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich schon vom Kanal dieses Motiv. Und Schwarz kriegt sehr viel Raum. Und die Stärkung ist ausgeglichen. Das ist vielleicht auch Engine-mäßig das Sauberste. Ähm, da braucht ihr wenig Theorie. Ich spiele gerne auf Sprenger A6, weil da gibt es so ein bisschen fiese Varianten, ähm, wo wir direkt C5 durchdrücken. Und auf Bauer schlägt C5, Läufer E6, gibt es Fettkompensation. Aber A6 und B5 sollten ja am leichtesten sein. Okay. Und dann noch, ähm, wollte ich euch noch eine letzte Variante zeigen. Hier auf D5. Ne, noch zwei. Was wir machen auf den Zug Läufer G4 und Läufer G5. Diese zwei. Auf Läufer F4. In dieser Stellung spielen wir wie immer Läufer G7. Und jetzt auf E3. Das ist sozusagen auch sehr simpel. E3 und Läufer F4 zu verbinden. Könnten wir ganz ruhig spielen. Also auch wieder hier gebe ich euch zwei Optionen. Entweder ruchiert ihr. Und das ist eine ruhige Stellung, in der eben nicht so viel zu befürchten ist. Also zum Beispiel Springer F3 hier. Ähm, aber an irgendeinem, also wir könnten auch C6 spielen. Und, aber das ist halt kein Grünfeld, das ist eher slawisch. Hier ist C5. Oder, das würde ich halt direkt hier machen, so vor C5, noch vor der Rohade. Und das ist eine super scharfe Stellung. Ähm, in der die Profis alle dieselbe Variante eigentlich spielen. D schlägt C5, Dame A5 und die Drohung ist Springer E4. Merkt man zum Beispiel nach Bauerschlägen, steht Schwarz schon so gut wie gewonnen. Nach Springer schlägt D5. Ähm, gibt es Riesenprobleme auf C3. Hm. Ja, aber das hier sprengt auch den Rahmen. Aber merkt euch auf Läufer F4 den Zug C5 und auf Bauer schlägt Dame A5. Und wir haben genug Kompensation. Zum Beispiel Turm C1 in dieser Stellung, würde ich dann einmal fressen, fressen und kurz rochieren. Und wir haben Bauer weniger, aber Riesenkompensation. Oder hier könnte man auch an der Stelle statt rochieren, ne, doch rochieren und danach kann man den Punkt C5 auch gar nicht mehr gut decken. Das sind, das sind, das sind theoretische Varianten. Könnte man, wenn ihr jetzt sagen, wir so Richtung 2000 online habt, vielleicht auch mal ein bisschen reinschauen. und das mit der Engine analysieren. Okay, und jetzt noch der Zugläufer G5. Das ist auch ein, ja, fieser Zug, aber sollte uns nicht, nicht groß belasten. Ähm, weil wir spielen hier Springer E4. Oder Läufer G7. Wer Lust hat, Fallen zu stellen und Theorie zu lernen, die hängt nämlich anscheinend immer am Bauer, aber er hängt nie wirklich. Ähm, aber Springer E4 ist ein simpler Zug und der ist gut. Und dann hängt der Läufer und der Springer und zum Beispiel auf Springer schlägt, Bauer schlägt. Da stehen wir völlig in Ordnung. Der Bauer ist gut. Und wir kriegen es hin, die Stellung zu öffnen. Und der Hauptzug hier wäre Läufer H4. Auf den wir nehmen, Bauer schlägt und die Engine markiert die schwarze Stellung sogar schon ein bisschen mehr nach D schlägt C4. Genau, weil zum Beispiel, wenn jetzt hier weiß frech wird und E4 spielt, würden wir den decken. Und auf E3 vielleicht mit dem Läufer. Und ist ne, also wir haben halt erstmal einen Bauer mehr. Das ist ganz gut, wenn man so mit schwarz aus der Öffnung kommt. Denn eine Variante ist mir noch eingefallen. Ich will doch, jetzt habe ich doch ein bisschen Lust auf Anspruch auf Vollständigkeit. Nämlich hier nach D5 schlägt, schlägt. Gibt es noch den Zug Springer A4. Das ist ein ganz komischer Zug, der den Springer wegstellt. Und jetzt will weiß E4 spielen und dass man keine wirklichen Felder hat. Hier ist ein scharfer Zug E5 direkt. Aber ich rate euch, Läufer G7, der ist einfacher. Und auf E4 spielen wir Springer B6. Wichtig. Auch schwer, okay. Wir kontern später sowieso mit C5. Und wenn der Springer zurück nach C3 gehen würde, würde hier D4 hängen. Also wichtig, in der Stellung hängt der Bauer D4. Und wenn weiß den einfach deckt, entwickeln wir uns ganz genüsslich zu Ende. E3 zum Beispiel. Und alle Felder kriegen gute Figuren. Der Springer steht auf B6 gar nicht schlecht. Und jetzt der letzte Satz dazu. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Grünfeld spielen. Ich bin überzeugt, das ist mal ganz andere Eröffnungen. Die wird mich taktisch auch viel lernen. Und ich kann meine Gegner überspielen. Also das ist gut für Leute, die taktisch gut rechnen können. Was mache ich? Also hier, wenn meine Gegner was ganz anderes machen. Ja, und da muss man fairerweise dazu sagen. Also in dieser Stellung hier ist C4 zwar der häufigste Zug. Aber wenn sie jetzt Londoner System spielen mit Läufer F4, würde ich euch raten, Londoner System Theorie zu spielen. Man könnte aber auch hier G6 spielen, E3, Läufer G7. Und zum Beispiel hier Springer F3. Und dann so mit D6 und C5 spielen. Oder vielleicht sogar direkt C5. Ist auch ein interessanter Zug. Ist auch Grünfeld-mäßig. Wenn sie hier aber C4 spielen. Wir spielen unseren Zug G6. Und sie verzichten jetzt auf Springer C3. Und spielen zum Beispiel erst Springer F3. Spielen natürlich immer Läufer G7 im nächsten. Und jetzt auf Springer C3 sind wir schon wieder in der Grünfeld-Stellung. Und was soll man sonst groß machen? Da gibt es nur noch die G3-Aufbauten. Und gegen die G3-Aufbauten würde ich euch raten, also vielleicht erstmal ruchieren. Läufer G2. Aber hier kann man schon sehr guten Gewissens D5 spielen. Und dann, also weshalb das manche Leute nicht machen, deswegen schlagen Springer schlägt E4. Und jetzt können wir nicht auf C3 nehmen. Aber nach Springer B6 ist eigentlich schon in Ordnung. Weil wir haben ziemlich viel Druck auf den Punkt D4. Und diese Stellungen sind okay. Nur so, das ist meine Empfehlung zum Selbstrecherchieren. Kompliziert wird es, wenn man jetzt sagt, ich will das gegen erstens Springer F3 spielen. Gibt es zum Beispiel Peters Friedler, der da so eine Reihe dazu gemacht hat. Gegen, also auch diese Nebenzüge kann man auch Grünfeld versuchen. Ja, aber im Prinzip ist es am einfachsten gegen D4. Und dann hier C4 und G6, dann kommen wir da eigentlich so gut wie immer rein. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war nicht jede kleine Mini-Variante drin. Aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen das Feuer an euch geweckt, euch einfach mal diese Öffnung vorzustellen. Dafür ist diese Serie da. Wenn es euch gefallen hat, liked und abonniert. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.